Hey Youtube und herzlich willkommen zur dritten Folge Wow, Star Stable? Dieses Mädchen ist irgendwie gerade voll gruselig. Sie rennt mir die ganze Zeit nach. Sie stockt mich. Mein Spaß. Wenn ich einen Schritt nach hinten mache, kommt sie hin. Naja, egal. Wir machen jetzt mal bei Karl Franz weiter. Wir sollten ihm die schlechten, sehr schlechten Nachrichten übergeben. Hier, der arme. Hier ist es gelaufen, Alessandra. Wann kommt sie? Was? Sie kommt nicht? Ich habe ihr anstatt von Pralinen Wein geschenkt. Nein! Wie konnte ich nur diese einfache Regel vergessen? Ui. Hallo? Nein! Ach komm schon. Triff mich in Silverglade, Alessandra. Wie findet man dort eigentlich hin? Ah, verstanden. Wir treffen uns dort. Okay. Machen wir da mal. Karl Franz verschwindet in die Richtung nach Silverglade. Okay. Aber wo in Silverglade? Das ist eine Frage. Was macht sie da? Sie steht ja schon die ganze Zeit, dass ich mein Let's Play mache. Also in Teil 2. Das war ja vor ein paar Minuten erst. Also ich lade es gerade hoch, ja. Aber wenn ihr dieses Video seht, ist es schon lange hochgeladen, wette ich. Okay, und wir sehen uns gleich in Silverglade. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ähm, zum Glück steht hier, wo er steht. Ah, da. Vor, ich sag jetzt einfach mal, ähm, ja. Vor der Frau. So, Alessandra, zeig mir, wo diese Dame haust. Ich werde sie konfrontieren. Konfrontieren, ja. Äh, und ihre Meinung geigen. Hm. So blöd. Cool, da steht sie doch. Naja, egal. Ähm, so. Jetzt bin ich bereit für einen Streit. Ui. Wo wohnt diese Frau? Sie ist das dort... Äh, blip. Ist sie das dort hinten? Sie ist ja ziemlich... Ziemlich... Hm. Super lang. Ein Für... Für 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 da noch. Ui. Ich finde, die sieht voll aus wie... Oh, herrliches Lach. Ähm, die sieht ein bisschen aus wie... Ja, das soll ja auch von Karni, Barney, Marley, wie so viele, äh, von denen die Schwestern, äh, die Schwestern ja sein. Und sie soll ja angeblich gut kochen können. Ah, da ist er ja. Oh nein, jetzt geht's einen großen Streit. Oh nein. Wir müssen dazwischen gehen. Karl Franz? Tihi. Das höre ich auch ganz oft. Tihi. Oh, du, 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 du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Meine Knie werden weich und ich leuchte vor Freude, wenn ich dich sehe. Frau, du bist die schönste aller Rosen. Ich bin dein Ehe, 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 Ägypter, Diener. Ich, wie kann ich dich nur davon überzeugen, mich auf mein, Ehe, 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 Abenteuer zu begleiten. So, Kiep, ich hab jetzt auf Zudern geklickt. Ich muss mich grad so lachen, was hat gesagt, meine Mutter. Okay. Nein, jetzt hab ich ja geklickt. Es ist so schwer, eine Entscheidung zu treffen. Hm. Hm. Ich will die Hälfte des Restaurants Entscheidungsgewalt über die Speisekarte freier Arbeitszeiten, Gesundheitsschluss, Zuschluss, Schuh, Zuschuss, Kinder, Zuschuss. Mann, was steht da alles? Ähm, Gratis-Kaffee, mein Port... Egal. Ich geb's auf. Sorry, aber ich bin nicht die beste Leserin. Hallo? No. Du bekommst alles, was du willst. Mein ist dein. Mit Ausnahme meines Herzes. Endlich ist mir das Glück holt. Holt, holt. Liebe Frau, du bekommst alles. Folge mir zum Restaurant, sodass wir ein Paradies auf Erden eröffnen können. So. Ja. Oh, sind wir fast schon wieder Level ab. Hallo? Was für nervig ist, ist, dass unsere... Deswegen, ich komm nicht mehr klar, unsere Maus ist ins Wasser gefallen. Beste. Und ich kann die nicht mehr benutzen. Wenn ihr wisst, wie man die wieder benutzen kann oder so, schreibt sie in die Kommis. Hallo? Ja. Oh, wie könnte ich zu meinen süßen Schnurkiputznein sagen? Oh. Unterstreich einfach diesen Verlag hier. Du musst das Kleingedruckte nicht lesen. Gut, gut. Und eine Unterschrift hier. Und hier. Genau so. Hätten wir das auch... Das auch geregelt. Also Franzi, Franzi, wirst du mir nicht das Restaurant zeigen? Willst du mir nicht das Restaurant, glaube ich. Lieber Alessandra, triff uns beim Weingut. Wir müssen uns beeilen. Ich muss mein Liebsten, das Goldstück Silverglade zeigen. Mein Restaurant, triff uns dort. Das machen wir dann mal. Wechseln sie. Da lasse ich mich auch abholen. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Ähm, ja. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, wie es hier weitergeht. Ja, graf mal schön auf dem Asphalt. So. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ui. Oh mein Gott. Man sieht voll den Unterschied. Dünn. Dick. Okay. Ich bin echt gespannt, wenn es mal hier eröffnet wird. Sieht richtig hübsch auf hier. Okay. Graf man's. Oh, Alessandra, du... Okay, ich leh's lieber nicht vor. Boah, so viel. Hätte ich niemals ausgeschafft. Ohne zu stottern. Ah. Meine Güte. Ich, äh... Wo denn? Und? Und? Ich denk schon. Okay. Ähm. Hallo? Also fest. Oh mein Gott, es ist eröffnet. Mama. So, das hier? Es ist doch kein Schild. Das Papier. Das haben wir auch egal. Ui. Was steht denn da? Mama? Manja? Da steht irgendwas mit Mana. Ja. Oh, ich muss noch ein bisschen auf die Zeit achten. Ui, 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 ui. Ah. Ah. Uh. Ah. Da heiraten... Ich weiß, ich weiß. Wenn die heiraten, heiraten bestimmt die. Ja, das ist ganz sicherlich. Okay. Oha, es steht mir hier drin. Okay. So. Ja. Danke schön für die Hilfe. Äh... Okay. Ah, er muss die bedienen. Cool. Ähm. Ja. Ähm. Da bekommen... Da bekommen wir irgendwann. Cool. Hm? Das ist ja mal cool. Da bekommen wir ein Fragezeichen. Wow. Ja, 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 ja. Ich will es unbedingt bekommen. Die ist etwas... Ui. Oh, eine Mütze. Hm. Ich habe so eine Kerze. Okay. Ich sehe... Äh, ich bekomme schon mit so eine komische Kaffeekappe. Äh. Aber die ist eigentlich von den Werten voll gut. Okay. Und... Da wären wir auch schon am Ende. Mit der Quest auch. So. Ähm. Ich entschuldige mich erstmal, dass so lange keine... Ähm... Folgen mehr kamen. Tut mir echt sowas von leid. Aber heute werde ich noch ein paar machen. Ungefähr drei... Drei noch so. Tut mir echt sowas von leid. Ähm. Ja. Trotzdem danke fürs Anschauen. Gebt einen Daumen hoch. Wenn es euch gefallen hat. Ja. Danke fürs Anschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschaui. Tschaui.